So, so, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Ja, wir wollen heute wieder eine kleine Runde machen zusammen, 30k Pinpointing. Wir werden ganz genau herausfinden, wo wir sind. Fünf Runden haben wir dafür Zeit, wo wir einfach random abgesetzt werden auf, ja, quasi Google Maps. Und ohne Cheaten müssen wir quasi herausfinden, wo genau wir sind. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Und ich würde sagen, wir starten einfach direkt rein. Und ich bin mal gespannt, wo wir landen werden, wo es uns heute hinverschlägt. Ich sag mal so, Chile. Ah, nee. Arabische Emirate. Nee, Jordanien. Irgendwie sowas in die Ecke. Äh, Arabische Emirate sieht schon eigentlich gar nicht schlecht aus. Hm, 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 hm. Ja, und irgendwas hat meine Kamera nicht. Die kann mich nicht mehr zentrieren. Weiß nicht wieso. Ich mach den Facetracker jetzt aus. Der hat einfach keinerlei Berechtigung. Ähm. Das ist immer schade. Technik, die einfach versagt. Also, das ist... Da steckt man nicht drin, nicht wahr? Ich hab's heute nochmal probiert, aber der macht einfach keinen Sinn. Er wird gelöscht. Weg damit. Dann muss ich ihn neu einrichten beim nächsten Mal, aber dann ist es so. Aber es hilft mir nicht, wenn er irgendwie meinen Hinterkopf fokussiert, nicht wahr? Dann brauch ich Technik nicht. Die andere Automatik von der Kamera kann ich nicht steuern. Die zoomt dann an die Wand hinter mir, weil sie da ein Gesicht oder so erkennt. Ja, ist halt schlecht eingestellte KI, nicht wahr? Ja, das sind so Themen, die heutzutage noch in den Kinderschuhen stecken. In zehn Jahren, sag ich euch voraus, haben wir da wirklich viel Spaß mit. Aber aktuell sind KI-Sachen wirklich eher zum Rumspielen. Und jeder, der es produktiv einsetzt, muss echt aufpassen. Ich hab heute zum Beispiel einen Regex erstellt mit KI. Der hat am Ende dann nix gebracht. Ja. Also, der war einfach falsch, weil... Wie sollte sie das auch verstehen, wo wir hinwollten? So, Cut. Ras Alkaima. Ras Alkaima. Cut. Okay. Wir müssten dann hier auch in Richtung Cut wahrscheinlich sein. Golden Tulip. Cut Springs. Okay. Also, wir fahren gerade nördlich drauf zu. Cut Springs. Okay. Also, wir sind auf dieser Autobahn und wir fahren jetzt gerade hier rein. Wenn da ein Kreisverkehr ist, da kommt ein Kreisverkehr, können wir in den Start zurückgehen. Jetzt ist die Frage, wie finden wir heraus, wo wir sind? Auf diesem Stück. Also, das... Wir sind in der Kurve. Das könnte das hier sein. Mit dem Palm. Okay. Landwirtschaftsbetrieb. Farm. Hm. Vielleicht über die andere Seite. Da wäre die Einfahrt, die Haupteinfahrt. Das ist die Frage nur, welche ist es? Ist es das oder das? Ich würde eher sagen, das ist das hier. Dann stehen wir hier halt so. Oder wenn hier noch eine Straße kommt, dann stehen wir eher weiter nördlich, nicht wahr? Ist das eine Straße oder nicht? Auf der anderen Seite ist halt gar nichts und nach Süden ist halt nichts. Wir stehen aber direkt an den Anfang der Kurve. Vielleicht ist das hilfreicher. Ich würde sagen, wir stehen da. Aber wo ist die Straße? Die war... Ah, das könnte die zweite Straße sein. Ich hätte gedacht, das ist die hier. Dann würden wir hier stehen. Das wäre die weiße dahinter. Das passt schon besser, oder? Aber dafür kommt hier ja auch nochmal eine Straße. Oder? Naja, aber Häuser, die hier nicht mehr abgebildet sind. Das könnten die halt sein. Schwierig. Einfache Positionen, schwierig zu bestimmen. Es könnte auch sein, dass das die Straße hier ist. Ja. Ja, ja, guck, das ist die zweite. Okay, dann stehen wir doch da. Dann haben die hier nur keine einzelnen Wege. Wie weiter viel südlicher stehen wir denn dann? Das kann schnell viel ausmachen. Die exakte Ausrichtung Nordwesten. Das passt hier sogar, weil hier geht es nach Norden. Ich hau einfach rein. Bango, bongo. 57 Meter. Hart, aber getroffen. Gerade noch günstig. Ich hätte mich noch südlicher stellen müssen. Okay. Ich dachte, wir sind nicht so weit von der Straße weg. Durch das Rüberspringen verrutscht man gerne um 10 Meter. Hätten wir so 47 gehabt. Dafür, dass eine gerade Strecke ist, finde ich zumindest die 6000 Punkte echt gut. Hätte man vielleicht mit ein bisschen längerer Überlegen, Nachrechnen noch ein klitzekleines bisschen besser bekommen können. Aber ich sag mal so, ähm, ja, das ist okay, oder? Das ist okay. Damit gehen wir in die zweite Runde. Ging eigentlich recht fix. Und wir landen auf irgendeiner Insel oder Südamerika. De Todito Tienda. Ah, oui. Iglesias de Dios Ece Aleida. Aha. Da steht ein Ortsname auf dem Schild. Und da steht Bervendus Apayapapa. Okay. Les Saluda. Oh, oh, das ist sogar richtig gut. Ich mein, jetzt ist es easy, nicht? Weil es auch da steht. Aber ich hätte allein an der Form, ähm, dann erkannt, in welchem Land wir sind. Guatemala. Road 3 zu Road 4. So. Das könnte jetzt natürlich schwierig werden. Nueva Progro. Progre. Nueva Progre. Beim letzten Mal waren wir dann, äh, hier in irgendeinem Ding und ich hab's nicht gesehen, ähm, weil Quarcelasango oder so immer da drüber lag oder Guatemala Stadt. Das war ein bisschen ungünstig. San Geronim. So, wo ist erstmal die 3? Also die 1, die sehe ich, nicht? Die kennt man. Die geht hier. Die 5, die 8, sehen wir. Das ist kein Problem. CR 1, 12, 9. Was sein kann, dass das in der Stadt hier 2, das 4, so eine Zwischenstraße ist wieder die 3? San Geronim. Also das ist die 2. Aber eigentlich brauchen wir 3 und 4. Hier wäre die 4. Aber SRO 04 und wir brauchen ja RD 04. Das ist, glaube ich, nicht diese 4. Ähm, ähm, okay. Sehe ich irgendwo Nuevo oder Geronim. Die werden wahrscheinlich auch nicht die größten Städte sein. Dass wir hier oben drin hängen. Hier war ich noch nie zum Beispiel. Ich war eigentlich immer in der Hauptstadt oder irgendwo ganz dicht in der Nähe. Nuevo Wieners. Progreso. Aber L, nicht nur Evo. San Pedro. Wir brauchen aber San Géroman oder Geronim. San Juan La Palma. Wir können auch noch ein bisschen noch in La Palma noch ein bisschen rumfahren. Ich glaube, wenn ich ran zoome, SM 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 1 13 1 13 1 13 9 Wie heißen die Straßen hier so? Cito 180 Ah, die haben kaum Namen. Cito 180 Was mich wundert, dass ich die 3 so gar nicht irgendwo sehe. Ich sehe 1, 2, 4. Das ist wieder klassisch. Ich klebe an diesem Stuhl. Ich habe versucht, den Raum so kühl wie möglich zu halten, aber heute ist der Tag, wo man ihn nicht kalt bekommen konnte. Das ist echt ärgerlich. Ja. Okay. Hilft mir alles nicht. Auch wenn es eigentlich schon ganz gut ist. Wir haben auch eine schöne Kreuzung. Da finden wir auch auf jeden Fall raus, wo wir sind. Gut, wir haben eigentlich nicht mehr viel, nicht? Wir haben das Land. Wir müssen die Region herausfinden, eher. Sanjeronim und Payapita Payapita Ich zoome raus, ob ich Payapita in der Größe sehe. Jutipata Also Pajapita La Libadat Popdun Am Ende sind es wirklich nur irgendwie die Bezirke oder so. Samigay Samatar Hier ist aber auch nur die 1 Und wieder die Zito 180 Äh 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 Na Hilft nicht wirklich weiter würde ich sagen 5 1 Nee Weder das eine noch das andere Aber wir sind ja auf einer größeren Straße Vielleicht haben wir das Glück wenn wir rausfahren dass da irgendwo dran steht auf welcher der größeren Straßen wir uns befinden Kleine Hoffnungsschimmer dass wir es unter 10 Minuten vielleicht noch schaffen Ich meine Soweit ich einmal ungefähr die Ecke weiß kann man anhand dieser Straßenführung das gut erkennen Allein durch dieses Dreieck vor dem Dorf nicht Und dann Patschapita Dann gehen wir nach Süden oder so Und dann sind wir direkt an der Stelle Und dann passt das Was haben wir hier Das Serio Samigay Ah gut Wird auch irgendwas Kleines nur sein Tja Und hallo Lanschek Hm Willkommen 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 in Guatemala Um genau zu sein In Sasane de Tumlos Hm Sektor Ju Juarez Jurassic Park Ich glaube aber nicht dass das wirklich großartig auf der Karte stehen wird Ich kenne auch jetzt die Topografie von Guatemala nicht so gut um herauszulesen wo der Dschungel ist Ich würde ihn eher Richtung Norden packen Richtung Belize wahrscheinlich Oder das ganze Land ist Dschungel Das kann natürlich auch sein Blockera Oh Videothek oder was La Benedizion Vente De Cemento Piedren I Arena Hühnerkämpfe Ich verstehe kein Wort No word for Columbine Und immer diese scharfen Gefährte Ey das wäre doch was für für Ronny und Knirps für die nächste Tour Einer muss vorne drin sitzen und einer strampelt oder beide müssen vorne drin sitzen und dann schön mit Überdachung Das wäre doch was Sektor Maronon Hm Dann wären sie wenigstens ein bisschen kaputt Ich fand dieses Jahr wer die Tour gesehen hat TwitchCon Road to TwitchCon 2024 im Schwanenboot Ich muss sagen cool aber nicht so episch wie die Radtour und ein bisschen zu leicht Da haben sie einen Schilling gemacht Zona Escolar Schule Okay Das kriege ich gerade noch hin Ich hatte also gar keine Berührung mit Spanisch in meinem Leben bisher Außer in Geotastic San Miguel Okay Aldea San Miguel Das hilft uns glaube ich weiter Wenn wir San Miguel sehen würden Wahrscheinlich gibt es 30 San Miguel Santa Cruz gibt es auch 30 mal auf der Karte San Joe gibt es 30 mal auf der Karte Mann Leider zu wenig verfolgt Ja wenn man selber unterwegs war War ein super Programm immer als Home Office Begleitung finde ich das immer ganz gut Und dann ist es auch gut wenn nicht zu viel passiert Dann ist es auch nicht so ablenkend aber trotzdem gibt es ein angenehmes Grundrauschen rauf Ich finde es immer wichtig auch deswegen könnte ich nicht im Großraumbüro arbeiten das Grundrauschen selber kontrollieren zu können von der Intensität Manchmal brauche ich es halt ein bisschen unruhiger um besser zu sein und manchmal brauche ich es halt ruhig um besser zu sein Denn in so einem Großraumbüro hat man keine Steuerungsmöglichkeiten Ich könnte da nicht mehr arbeiten So wie ich hier auch nicht arbeiten kann weil ich nicht mal einen einzelnen Ort finde Ich finde auch schön wie das hier einfach so dunkelgrün ist Harte Grenze bis dahin haben sie gewässert um den See oder was also keine Ahnung Hier ist ein San Miguel Palästina Das hat mich schon mal richtig verwirrt damals Palästina Da kann ich mich noch dran erinnern Vielleicht sind wir wirklich hier irgendwo drin An so einer Ecke San Matan San Shows Shoshito Vinovisea Matteo Ja aber heute war zum Beispiel das finde ich auch immer ein bisschen schade zu viele gleichzeitig online Das ist dann auch irgendwie erst sind sie ein, zwei Wochen alle nicht da und dann sind sie alle am selben Tag online und dann ist so Was guckt man zuerst Das ist dann auch irgendwie Cannabialisierung Cannibalisierung Jetzt habe ich es Cannibalisierung Was hätte ich noch draus machen können Cannibalisierung Ja super Links und rechts Irgendwelche Farmen Ein Kreisverkehr wäre jetzt hilfreich Ist das nicht der Ort wo wir gestartet sind Ich bin bestimmt wieder in die falsche Richtung gefahren Ich kenne mich Wenn jetzt gleich Schule Eskolar kommt dann habe ich es wieder verkackt Ich meine so vom Aussehen her erkenne ich es jetzt nicht wieder Das scheinen wir noch richtig zu fahren Schönes Maisfeld könnte Sachsen sein Und ich habe noch gehofft ich kann es unter 10 Minuten schaffen Ich meine hier wird auch nichts dran stehen irgendwo wo ich das besser eingrenzen kann Ich meine wir wissen 4 Orte die bei uns sind Wir wissen nur die Abstände nicht Also so eine Kilometerangabe wäre jetzt wirklich hilfreich Zum Beispiel der nächste große Ort 40 Kilometer dann kann man den suchen kann sich einen Umkreis ziehen und dann sieht man das eher Das hilft mir immer sehr stark Was haben wir denn hier für tolle Sachen Ohenlöwe Okay mit einem Leopard Das sieht aus wie so ein altes Zwiebelmuster Wäsche Also ich würde meine Wäsche niemals zur Straße hin irgendwie aushängen Ich weiß nicht wieso hätte ich ein komisches Gefühl Also ich würde ihr danach nicht mehr vertrauen Wir haben hier hinten im Hof auch so einen Wäscheständer Manche hängen da ihre Wäsche auf Aber ganz ehrlich würdet ihr eure Wäsche in einem öffentlich zugänglichen Hof auffängen Also ich muss gestehen Ich habe zu wenig Vertrauen glaube ich in die Menschheit Aber ich würde das nicht tun Das geht wahrscheinlich dreimal gut Genau wie ich mein Fahrrad nie auf der Straße stehen lassen würde Das geht wahrscheinlich auch dreimal gut und dann ist weg Nur mein abgeranztes Uralte Rad was bei Polizei geschippt ist das nehme ich und lasse ich draußen stehen weil wenn sie das klauen dann haben die Probleme nicht ich war das neue Rad Da klauen sie mal die Einzelteile Das brauche ich nicht mehr Schoko Bananos Schokoladenbananen mit Hühnchen Okay Okay sie hatten mich schon bei Schoko Kienda El Paso Was haben wir hier Kanton San Rafael Ja mein Gott es heißt überall San Rafael das heißt überall Conchito Sag mal Hängen alle ihre Unterwäsche hier draußen hin No Escursion Nah ist auf jeden Fall eine langgezogene Straße und doch relativ dicht bewohnt nicht wahr Also vor allem man von diesen Hütten von dichter Bebauung sprechen kann ich glaube dahinter sind auch immer noch tausend Hütten Boah Also heute ich muss sagen die Hitze hat mein Gehirn echt zu Brei gemacht Gestern schon Was habe ich nicht aussprechen können Speck Also Speck Ich wollte immer Speck sagen und habe drei oder vier Mal auf Arbeit Speck gesagt Wir brauchen eine Speck Alter Ich bin fast durchgedreht wenn man im Kopf das richtig sagt und dann kommt aus dem Mund nur so ein Gebrabbel rauf Das geht mir immer richtig auf die Nerven Mund Rede einfach das was ich denke ist nicht so schwer Gehirn Aber bei der Hitze ist glaube ich irgendeine Synapse durchgebrannt zwischen Sprach Sprachzentrum und Gehirn bei mir Mindestens eine Und das dauerhaft wahrscheinlich permanent Aber ich muss sagen der Trick mit dem Entlüfter kann ich euch nur empfehlen Leider hat der Entlüfter Trick einen Nachteil bei der Hitze Ich bringe mich morgens meine Lufttemperatur runter auf so 50% von 60 bis 70 die wir teilweise hier haben und dann ist der Tag wirklich angenehm zu arbeiten bis ich den Entlüfter Entfeuchter halt ausmachen muss und dann geht die Luftfeuchtigkeit A schnell hoch und zweitens wenn ich ihn zu lange laufen lasse ist er so heiß dass er die Luft zu schnell aufheizt also da gibt so einen Sweetspot den man treffen kann und dann gibt es einen ich habe verkacktspot und ich glaube den habe ich heute erreicht und auch der Lüfter Ventilator der jetzt läuft der steht normalerweise ja so der bläst mir genau in die Augen da kriege ich richtig so Zug und das Auge tränt jetzt habe ich ihn auf einem Pappkarton gestellt sodass er so ein bisschen mehr so geneigt steht und das hilft erstmal Wunder aber der Motor läuft halt auch irgendwann heiß und ich glaube das ist dann auch wenig hilfreich wenn da irgendwie ein 30 Grad heißer Motor neben einem 40 50 Grad heißen Rechner ballert aber ich hoffe morgen ist der letzte heißere Tag für die nächsten Wochen und dann ist wieder alles gut ich weiß es gibt einige Fans die lieben dieses Wetter aber ich bin da echt so gar kein Fan von ich bin aber auch kein Fan von zu kalt manche sagen auch so kalt wie möglich andere sagen so heiß wie möglich ich bin wirklich genau in der Mitte bitte 21,5 Grad im Maximum und 18,5 Grad im Minimum das wäre optimal das heißt 20,33 Grad ist die Temperatur aber okay man kann sich nicht alles wünschen ich habe gehört auf Madeira soll das da werde ich wahrscheinlich nie hinziehen selbst wenn ich Geld hätte auf eine Insel weiß nicht vielleicht irgendwo irgendwo anders hin ist jetzt auch nicht so spannend hier kommt irgendwie nur ein Dorf mit Unterwäsche nach dem anderen und gefühlt fahre ich die ganze Zeit im Kreis hier steht doch mal was dran also dieses Noevo Progresso habe ich jetzt schon zwei drei Mal natürlich gelesen wo haben wir unseren Punkt gesetzt da Oh San Lucia Santo Thomas Santa Maria Insel die auf Träumen geboren El Kaman Ich weiß ich hatte schon mal irgendwas in Nuevo Progresso aber so lange her das habe ich auch ewig gesucht San Sebastian okay La Palma San Pablo noch ein San Sebastian also auf der Seite ist das anscheinend der führende Name San Carlos hier dann Raphael ein Juan Florida haben wir hier auch aber die drei und vier habe ich auch noch nicht gesehen es könnte sein wenn ich hier an die Straßen ranzoome dass da dann irgendwann drei oder vier als Straße rausfällt was hieß noch mal SM Flores ist da oben Morales San Pedro San Luis hier hinten also ich glaube Städtenamen und Straßennamen helfen uns einfach null weiter hier ist die drei hier ist Santa 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 Cruz hier ist San Rosé wo ist die vier weil wir sind irgendwo wo die drei und vier zusammen laufen die vier war doch hier unten oder so also die werden nie aufeinander treffen das heißt irgendeine lokale drei und nicht diese Haupt drei suchen wir wenn hier gibt es Jut Xi San George hier SA und wir suchen SM was heißt denn SA San Andreas Sakipa El Progreso dann würde ich doch sagen müssen wir hier drin sein ist natürlich auch richtig klein Zona vier wenn die jetzt noch eine Straße hätten nee die heißen Pro wartet mal ich gehe nochmal zurück wir sind ja hier direkt beim Start bei den Straßen gewesen dann brauche ich ja nicht ein extra Ding setzen wo waren die kurve leicht da rd was könnte denn rd heißen also das ist pro barja wer nee guatemala nee kiche nee tengayo nee müsst ihr mit r anfangen wahrscheinlich alter verbs nee haben wir hier hinten hier hier mehrere hier heißen die san marcos rd suchen wir aber quizo n buenka toninkinkah ich sag euch das quetzel te jango hier haben wir wieder drei ritaluio da fehlt das d und du heißt san marcos nee hier hier sind die eskular ok hier hinten rio santa rosa eskulina ja ok so langsam komme ich hinter das system hoffe ich kann es mir bis zum nächsten mal merken jub ist hier aber wenn man nicht weiß wo die bezirke liegen wird es aber nicht besser nicht santa rosa xalapa hier haben wir schon durch geguckt vielleicht wirklich hier oben alter verpas am entanio jibschas ne hier oben sind einfach nur ein bezirk und die hier hatten wir auch schon nicht wahr wahrscheinlich ist das so ein ganz kleines ding was ich jetzt übersehen habe so lala kich schermantelau und die drei hatten wir auch schon kich es lässt mich ratlos zurück nicht dass wir in Belize sind aber die haben glaube ich eine andere Straßenbenennung und Bella Vista und da oben ist Mexiko nicht dass wir in so einer doofen Grenzregion oder sowas hängen aber rd habe ich halt nicht gesehen nicht ca jup esk irgendwas x das sieht man die ganze zeit Ich fühle mich leicht verarscht. Ich hätte ja gedacht, hier sind ja Jajipa und Jujapa und hier sind auch die drei und vier. Jilu Peke. Welches waren hier? Santa Rosa. Hm. Aber ich habe auch alles gesehen aus Geronimo, nicht wahr? Wir hatten Jujan, Jimmy, Gemma, Pilla, Polla, El Progreso. Aber das ist nicht das, wir haben, wie hieß uns das? Nuevo Progreso, nicht? San Cristobal, hilft uns auch nicht, hatten wir auch nicht. Aquablanca. Jetzt die Ecke hier oben noch. Äh, er hat mich verrutscht. Hier. Die hier. Isabel und Skapa. Nee. Okay, dann müssen wir weiterfahren. Hätte, hilft alles nix. Okay. Wahrscheinlich habt ihr es schon 30 Mal gesehen und ich noch gar nicht. 37 Minuten schon. Dann bin wir insgesamt rum und in der Runde 30. Das ist erst Runde 2. Na, das kann ja wieder heute ein Tag werden. Ich war schon mal besser, muss ich gestehen. Ich war schon mal geübter. Ich habe es ja jetzt ein, über ein Dreivierteljahr hatten wir es nicht regelmäßig gemacht. Je regelmäßiger man das macht, also ich zumindest, desto eher kann man es besser einschätzen. Und bei den Flaggen auch. Wenn man vergisst diese Kleinigkeiten, wo stehen hier die Bezirksnamen, gibt es am Straßenrand vielleicht irgendwie einen Hinweis, wie viel Kilometer irgendwas ist und man sieht es einfach nicht, wenn man nicht genau hinguckt. So wie in Thailand zum Beispiel, da habe ich ewig nicht verstanden, wie die sich orientieren können, bis ich diesen kleinen Stein da am Wegrand gezeigt bekommen habe. Ich meine, die Straße hier sieht schon zumindest gut gemacht aus. Hm. Was haben wir hier? Tienda La Morala. Jetzt fahren wir wieder hoch. Können wir vielleicht anhand der Höhe... Also wir sind irgendwo da in der Mitte. Ja. Weil wir fahren auf jeden Fall über Berge hoch und runter, nicht? Wir sind also nicht hier und wir sind nicht da oben. Das heißt, wir sind irgendwo hier. Wow. Ja. Das wusste ich auch schon vorher. Hm. Ey Rancho, da kann ich mich dran erinnern. Da waren wir mal. Ich habe immer noch den Verdacht, dass wir vielleicht wirklich hier drin hängen. Und Nuevo, blablabla, einfach nur ein Bezirk ist, den ich nicht sehe, weil irgendein anderer Bezirk da drüber liegt. Ich kann mich erinnern, hier hatte ich mal sowas, aber da waren wir, glaube ich, hier oben. Weil hier sind so viele Bezirke und Zonen. Und wir werden überall willkommen heißen. Aber diese kleinen Pupsorte, die auf zwei Häusern bestehen, die helfen nicht bei der Navigation. Sektor La Flores. Das hilft, glaube ich, schon eher. Wir sind jetzt in La Flores reingefahren. Jetzt ist die Frage, wo war La Flores? Oh Mann. Oh Mann. Schuttiapa. Kann aber auch sein, dass es wieder nur Munizipidat innerhalb eines Departements Jonas ist, nicht wahr? Aber Flores hatten wir doch schon gesehen. Oh Mann. Warum kann ich nicht Flores sehen, wenn ich es brauche? Warum sehe ich es immer erst danach? Samarco. Le Flores. Nuevo Progreso. Oh mein Gott. Meine Augen haben es endlich gefunden. Puh. Okay. Das ist San Geronimo. Oh Alter. Ah, das ist wirklich... Ja, da ist es. Kann man sehen. Kann man sehen. So, aber welcher Bezirk ist das? San Marcos. Okay. Und wo ist jetzt Flores? Das ist auch Palagia Peter. Das Las Palmas habe ich, glaube ich, sechs Mal mir angeguckt. Oh, in Las Palmas. Und weg. Die Stadt da drüber, dadurch nicht wahrgenommen. Das ist... Aber wo hier eine 3 und eine 4 sein soll, weiß ich halt nicht. Die SM3, aber wir haben eigentlich hier RD3. Also schon ein bisschen komisch. Aber ich hatte auch schon mal, dass genau die gleiche Städtekonstellation da war. Die Straße passte nicht 100% und ich war an einer anderen Stelle. Da gab es die drei Städte einfach genauso nochmal woanders. In der gleichen Konstellation, nur mit der richtigen Straßenführung. Da dachte ich auch so, Alter. Habt ihr nicht mehr jetzt einen Städtenamen oder sowas zur Verfügung? Ähm, okay. Aber das hilft uns nicht mehr weiter. Weiter hilft uns jetzt das hier. Und das hätte ich nicht vor 30 Minuten sehen können, ne? So. Es geht nach San Geronimo irgendwo ab, über die RD3. Dann würde ich sagen, müssen wir hier sitzen. Und wir sind auf der 4 nach Nuevo Progresso. Anders geht's ja einfach nicht. So. Was mich wundert, dass dieses Dreieck hier nicht ordentlich abgebildet ist. Das hätte ich eigentlich erwartet, Minimum. Dass das dann da auftaucht. Oh, in die Straße kann man reinfahren. Stehe ich vielleicht auch machen können. Pachapita. Ist richtig. Also ich würde sagen, wir stehen genau dort. Und zwar geht das nach Nordwesten weg. Mehr Norden als Westen. Das geht nach Südwesten. Und bei... Gut, eigentlich nach Westen. Und geht dann aber nach Süden. Tut es. Und das macht hier den Bogen. Und wenn wir dem Bogen folgen, dann macht der Bogen... ...noch einen Bogen. So wie hier. 1,67 Meter. Das hätte ich auch vor 30 Minuten echt haben können. Und damit in Runde 3. Wo geht's hin? Philippin. Komm. Afrika. Hope and Glory. Okay. Wir gucken mal. Wir haben einen Follow-Card. Dann sind wir in Nigeria. Ich weiß. Blödes Ding. Nicht. Aber der Boden sagt auch Richtung Senegal rüber. Eher rötlicher. Aber nicht so rot. Das ist das Einzige, was ich mir so als Hinweis echt merken konnte. Dass wenn ein Polizeiauto hinterher fährt... ...dann sind wir da. Das ist doch wieder diese Stadt, die in drei Bildern... Hier siehst du noch Dschungel. Und wenn du in die richtige Stelle fährst, dann siehst du... ...so eine riesige Stadt einfach drumherum... ...mit Hochhäusern, die auf einmal aufploppt. Das war richtig krass, dieses Bild. Weil die Straße war richtig gerade. Die ist man langgefahren. Und auf einmal ist man über so einen Hügel gehüpft. Das war richtig krass. Und dann stand man ein Tag anstatt dem Dschungel in der Stadt. Und dann hast du geguckt. Das eine Bild 2019. Das andere Bild 2023. Ich kann immer noch nicht glauben, dass das vorher die gleiche Stelle war. Aber die Straßen haben natürlich komplett gepasst. So von dem, was man gesehen hat. Die schon vorher da waren. Aber so... Auch was für Gebäude. Nicht hier so, sondern wirklich so... ...ne Metropole. Guckt, jetzt schwingen wir hier nämlich schon rüber. Auf die ganz alte Route. Und die Bilder sind aktuell. Okay, dann sind wir in einer anderen Ecke. Auf jeden Fall. Aber ihr seht, die bauen echt viel da unten. Also Afrika... ...sollte man gerade was Infrastruktur angeht... ...gar nicht unterschätzen. Ich glaube, wir überschätzen uns meist nur, was mit Infrastruktur angeht. Oh, ich komme hier nicht voran. Aber ihr wisst, was bedeutet, wenn wir nicht vorankommen. Wir holen den Becher raus. Ich sage Prost. Trinkt einen Schluck. Es ist heiß. Wir fahren doch irgendwie schräg. Wow. Ich weiß nicht, ob ich hier... ...wirklich vorankomme gerade. Auf jeden Fall stimmt die Ausrichtung der Kamera nicht mehr. Hier ist, glaube ich, hängen geblieben oder sowas. Mal gucken, ob er oder wann er sie gefixt hat. Er schlingert aber auch echt von links nach rechts. Ich weiß nicht, ob das hier was bringt. Es sieht nicht richtig aus. Als ob er so ganz langsam in diesen Dschungel reinrollt. Hm. Er darf nur 40 fahren. Ich drücke übrigens vorwärts. Und wir fahren rückwärts. Also... Äh, nein. Okay. Also das hilft uns gerade nicht in die Richtung. Dann fahren wir in die Richtung weiter. Oh, selbst hier springen wir jedes Mal. Aber das in die Richtung... Ja... Das ist auf jeden Fall so eine längliche Straße. Nachteil ist immer, wenn die, ähm, Straßen gebaut werden, sind keine Straßenschilder da. Deswegen bringt uns das jetzt im Anderen auch nicht mehr da weiterzufahren. Und oft sind so Kirchen oder Schulen halt, ähm, wirklich relevant. Das wäre gut, wenn wir die eingrenzen könnten. Hm, 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 hm. Ja, schade, dass man keine Musiker machen darf. Ich finde es immer noch irgendwie bescheuert. Gerade ältere Musik, die einzige Möglichkeit, wie die sich verbreitet, wird nicht mehr ewig das Radio sein. Also, ich kenne wenig Leute, die Radio hören. Meistens sind das Autofahrer. Aber ansonsten, wer hört denn noch Radio großartig? Also, ich habe noch nie ein Radio besessen, sage ich mal so. Deswegen habe ich auch nie ein Radio gehört. Vor allem war da auch sonst immer nur Werbung. City of Refugee. Warte mal, City of Refugees. Das sagt mir was. Ist das nicht hier bei Bauchi oder sowas? Bauchi State? Dann sind wir in Bauchi irgendwo, nicht? Hier oben vielleicht. Bei Goschen. Sehen wir Goschen? Nee, sehe ich nicht. Nee, sehe ich nicht. Wir gucken mal ein bisschen in die Wolken. Gafuru. Ich muss gestehen, was mir richtig gefallen hat damals bei Civilization 4. Da gab es so einen afrikanischen Song. Beziehungsweise, wenn man neu angefangen hat, dann waren das immer so afrikanische Klänge. Das fand ich hier richtig, richtig cool. Hat mir echt gut gefallen. Das hilft uns auch nicht, um die Position genauer zu bestimmen. Sag mal, ist das ein Truck aus Worker & Resources? Nee, das ist unser Öl-Truck aus Worker & Resources. Eindeutig. Und dahinten ist unser Transportauto. Ich erkenne die doch wieder. 1960 gekauft. Immer noch im Einsatz hier. Finde ich klasse. Die können wir auf jeden Fall wieder fit machen. Ist das vielleicht sogar unsere Werkstatt aus dem Spiel? Wer weiß. Foam-Depot. Foam-Depot. Warte mal. Foam-Depot? Platten? Ich habe so ein Déjà-vu mit Foam-Depot und dieser alten Tankstelle. Aber... Muka. Die werden natürlich mehr als ein Foam-Depot haben. Ich kriege immer so Déjà-Vus, wenn so ähnliche Sachen... von den Eindrücken her auf einen einprasseln, nicht? Als ob man das schon mal in Geotestik hatte. Hier bauen sie eine Autobahn. Doch, 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 doch. Hier war ich schon mal. Ja, aber fragt mich, wo das war. Das wüsste ich nämlich selber gerne. Lazada? Hm? Auf jeden Fall sehr trocken. Aber kann natürlich auch sein, dass die woanders eine Autobahn bauen, nicht? Und deswegen da Foam-Teile sind und daneben irgendwelche alten Autos stehen. Das schließe ich jetzt mal nicht aus. Wenn wir halt eins dieser Schilder einfach mal lesen könnten und nicht so eine Kartoffelkamera hätten, die ständig irgendwie nach links und rechts weghaut und man kann kaum nach vorne fahren. Also der Typ sollte auf jeden Fall nochmal von Google eine Unterweisung bekommen, wie man ordentlich Fotos macht. Wow, da war das blaue Schild. Habt ihr das gesehen? Da steht doch bestimmt, obwohl... Ich hätte gedacht, da steht drauf, wo wir sind. Und nächstes Bild sind wir nicht mehr da. Luzarda. Ogun State? Obun? Plateau? Plateau? Ähm... Yigwa? Bauchi? Gombe? Das sind Schienen hier die ganze Zeit. Ich denke mal, da hätten sie auch echt bessere Abgrenzungen voneinander nehmen können. Also das erkennt man visuell einfach so schlecht. Dieses gepunktete, nicht gepunktete. Yigwa-Wa? Wenn man es wenigstens selber einstellen könnte, wäre das cool. Im Google-Profil oder so. Kano... Aber wahrscheinlich gibt es irgendein Plug-in, was, wenn Google geladen wird, einen eigenen Stil drüberlegen könnte. Aber es macht dann immer die Sachen so kaputt. Habe ich immer nicht so eine Lust drauf, auf so eine Experimente. Kano, Katzina... Zampfara... 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 Orta-Kon... Zampfara... Sehen wir denn... Ogun, Obun... Munguno seh ich. Na, jetzt springt er wieder. Ah, ist klasse. Da erheben wir unsere Becherchen. Wir fahren langsam weiter. Oh, es geht nicht mehr weiter. Ich glaube, wir haben mit dieser Position in die Kloschüsse gegriffen. Ikbala. Aldi, Urtown, Salvation Street. Vor allem, wir wissen genau, wo wir stehen, nicht wahr? Das ist das Ärgerlichste. Wir wissen nur nicht genau, welcher Bezirk. Und man kann das bestimmt erkennen, wenn die Kamera nicht so megamäßig schlecht wäre hier. Und die meisten Schilder sind leider sehr weit ab von der Straße. Along Aladie Road. 25 years, echt Kartoffelkamera. Nicht wahr, normale Mint? Hallöchen. Da können wir auch nicht rein. Dann müssen wir doch nochmal uns über den Norden quälen, vielleicht. Hier sind wir anscheinend gestartet. Dann würde auch wahrscheinlich was dranstehen. Kacki. O, U, Gu, Gube. Gube, Ube, Ugbe. Wartet mal, aber Ugbe? Gebuke? Ich kann mich erinnern. Enungu. Okikwe. Opuka. Oguku. Gugube. Obole Eke. Eke habe ich schon gesehen. Aber ich weiß nicht, ob das da vorpasst. Wenn wir jetzt Ugube hier sehen. Ugube lag, glaube ich, irgendwo. Gebuke. Oh Mann, wo war Ugube? Das war gar nicht klein, Ugube. Jetzt, wo ich mal drüber nachdenke. Oh. Aber von denen haben wir nichts gesehen. Bisher. Aber hier unten fangen halt alle mit O an. Und hallo, Properio. Hallöchen. Kartoffelkamera ist besser als keine Kamera. Ja, das stimmt schon. Osho, Go, Mosch, Go. Ein paar Otter sehe ich. Hm. Gwale. 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 Okay, wir versuchen mal. Also, nach Süden kommen wir nicht weiter, nicht? Da landen wir direkt. Äh, nach Süden kommen wir nicht weiter. Er dreht mich um. Ich liebe es. Nach Süden kommen wir nicht weiter. Nach Norden kommen wir an eine kaputte Straße. Aber vielleicht können wir da links oder rechts abbiegen. Wenn wir Glück haben. Sonst müssen wir uns da nochmal durchquälen. Weil die Kamera fällt vom Auto hier. Und hat dann nicht mehr mehr Nord-Süd-Angaben. Das macht es ein bisschen schwieriger, dann zu fahren. Was haben wir da? Ik Besa. Habe ich Ik Besa nicht auch gerade gesehen? Ogi, Anamera, Enugo. Benue, Eboni. Abia. Akava, Eboem. Ikot Ekbena. Also, bei River State sind wir nicht. Das heißt nämlich hier Flüsse. Das ist River State. Das muss man wissen. Ist falsch übersetzt. Das würde nämlich denn dran stehen. Die Development Area ist, ähm, die hier. Hier wird irgendwie so ein gigantisches Gebiet mit Einwohnern entstehen. Aber ob das jetzt damit gemeint ist? Was hier unten steht? Hm, State. Ui, Kui State? Irgendwas mit Ui State. Ui State. Ui State. Tja. Delta, Inukbu, Kogi. Und dann werden die größer, nicht? Die hier oben haben wir ja schon durch. Kakdunu. Wari, Ondu. Hier haben wir auch noch ein paar kleine. Wie heißen die? Usun, Ikiti, Kawara. Undu, Edo. Ich glaube, das ist das beste Schild, was wir finden. Aber, spielst du eigentlich immer die täglichen Challenges? Die spiele ich gar nicht. Weil ich mag keine Zeitsachen. Hier haben wir was. Local Council. Und das Schild ist dreckig. Wieso hast du das Spiel einen so? Okay, aber Akbara, Ikbesa. Da steht nichts weiter. Akbara. Wo ist Akbara? Ich mache immer nur 30k Pinpoint Runs. Und ich würde sagen, wir haben noch drei, zweieinhalb Brunnen vor uns. Das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wie wir die 30k schaffen heute. Risiko .." ich